Das wird direkt abgefeiert. Das ist dein Sohn, oder? Das ist mein Sohn. Und du bist stolz? Aber richtig. Du hast einen richtigen Fan-Click dabei, oder? Ja, sicher. Alle dabei, ne? Ich sag mal, als Magier... Moment, wir fallen jetzt erstmal nicht mit der Tür ins Haus. Wer bist du überhaupt? Ja, mein Name ist Janik Holste. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Geseke. Und ich bin Zauberer und Illusionist. Hast du einen Lieblingszauberer und wo hast du deine Inspiration geholt? Ja, also ist es natürlich jetzt sehr schön, dass die beiden da sitzen. Ihr seid mein Idole, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank. Also das ist wirklich mega. Er ist nervös, weil er weiß, was er kann. Wir freuen uns sehr darauf, dass natürlich Magier in dieser Sendung auftreten. Und ich weiß aus Erfahrung heraus, dass mal natürlich das ein oder andere Mann ist sehr nervös, finde ich, als Magier. Ich weiß nicht, ob dir das... Also uns geht das bis heute so. Und ich kann dir wirklich jetzt den Tipp geben, versuch das auszublenden. Versuch auszublenden, dass so viele Menschen hier sind. Das hat uns zumindest auch immer geholfen. Du wirst sie alle hören. Genieß den Applaus. Und ich würde vorschlagen, wenn du so weit bist, wir werden es. Ich kann dir das nicht auszublenden. Machen. Das ist total cool, mal ganz einer, so modern. Das ist total cool, mal ganz einer, so modern. Das ist total cool, mal ganz einer. 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 Das ist total cool.